Nein! Was hilft jetzt hier das Kill? Gehen Sie! Die sind alle da oben gerührt. Rechts, 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 rechts. Ich würde das nicht hoch gewesen. Gehen Sie! Nein! Oh mein Gott! Ja! Was? Die verfolgen mich auch noch. Das sind doch Medics, die können mich doch ref'n oder nicht? Komme! Keiner ref' nicht. Komme! Kannst du gleich wieder ref'n wahrscheinlich. Ja! Das war ja klar. Das war ja klar. Ich habe heute noch glaube ich kein ref' überlebt. Muss ja so sein. Und dem Remake wäre doch geil von der Karte. Ja, das wäre auch geil. Mit anderen Karten einfach. Ja! 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 Ich war insgesamt von der Hellriegel. Ja! Und jetzt kommt der Müllchen. Ich werde insgesamt immer gefeiert. Das ist geil. Das ist geil. Ich hab meine Chat. Local Niggas zu retarden. Zu action ist sehr motiviert. Die werden so hackhack. Ich glaube da oben ist einer oder? Da ist keiner mehr. Hier oben auf den Hügel. Hier ist geil. Das war's. Ich seh' dich nicht. Ja, was? Wir gesnipen an Bord von ganz links. Scheiße. Das war, ich war an dem Unabgeordneten. Ja, tot. Da liegt der Hellliegel am Boden, super. Du mein Schwarz. Natürlich ist hier niemand. Warte. Wir müssen auf den Hügel, da kriegst du richtig was. Ich will schon gesnipen die ganze Zeit. Bitte. Äh, was? Spack. Beste ist, wenn er einfach die Team-Humara blockiert. Was soll ich machen? Das ist nicht so schlecht. Was soll ich machen? Was? Ich war natürlich, ich wollte schon, ne? Man kann die nicht helfen, bis zum Holz. Das ist okay. Ich hab keine Emower. Ich muss zurück. Scheiße, das ist toll. Irgendwo, ne? Was? Ich werde die ganze Zeit angeschossen. Was? Die Bär ab dir ist schwer. Ich hab keine Emower. Ich hab keine Emower, sei mal. Scheiße, ich meine. Alles knapp. Ich verliere B. Komm auf B. Ich muss nicht auf B. Ich muss hier an. Hier abhalten. Ich komme. Ja, das ist absolut der Rotz. Ich hab hier drei gekillt. Ja, das ist absolut der Rotz. Ich hab hier drei gekillt. Ich hab hier drei gekillt. Ich hab hier drei gekillt. Ich hab hier. Ich hab hier viele Leute gekillt. They are a wild beast with a character of mind. That is why they will come one last time and that is why they will die. Jetzt darüber rennen sie uns wetten. Er ist so out of shape. Ich halte dich, das Game is out of shape. Deine Mab is out of shape. Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Jetzt halten wir die Schenkel los. Ah, darf nicht fallen. Gleich nach rechts. Alter, ich bin hier hängen geblieben. Wir haben kaputt gemacht. Hat mir einfach 26 abgezogen. Ich bin hier. Ich bin hier. Alter. Meistens kriegt man da oben die. Ich bin hier. Hinterm Tanker. Was geht denn? Nein, wir sind hier in den Behörden. Ich bin hier. Ich bin hier in den Bericht. Ja, jetzt sind wir hier. Boah, Alter. Ich war in den Torn. Rechts alle sind tot, oder? Jo. Ich war kurz in dieser Tür da rechts, ich bin sofort gestorben. Medik in 15 Metern, komm. Er macht nichts. Nee, der krieg doch vollkommen überrannt werden wir. Cool. Geiles Team, richtig geil. Ich glaub nicht, dass die was taugen. Nee, aber wir gehen nach ganz rechts. War doch geil. Was? Es gibt es nicht. Als ob ich immer One-Shot will. Als ob ich immer One-Shot will. Das ist doch unmöglich. Ich bin jetzt hinter den Säulen, Mann. Was? Gut. Ich hab ihn. Du hast keine Muni mehr. Ja, genau. Da vorne Muni? Der hat doch Muni der Typ. Ich weiß, man sieht halt einfach nichts. Das ist ja echt nichts. Das ist ja echt nichts. Ich hab ein Magazin. Was soll ich machen? Ich hab keine Emu. Hä? Ist hier Feuer oder was? Ich weiß nicht. Ich hab grad gar keinen Emu. Ich hab grad gar keinen Emu. Ich weiß, irgendwas los ist. Ich muss einfach nach vorne gehen. Hier ist es niemand. Ich bin da safe. Ich bin da safe. Ah, nö. Das war sau klar. Auf der Flagge ist ein Flammenwerfer. Er ist tot. Was? Hab ich ihn abgestochen? Weiß ich nicht. Na, was? Was? Nimm mal Team Henry. Mein Fleisch dabei. Ich weiß, er ist uns tot. Und Final war ja klar. Nein. So lächerlich das Spiel. Was? Wir haben nichts mehr. Das war's gleich. Ich hab's nicht wahr. Der ist wirklich so schlecht. Der ist so einfach. Ich weiß nicht, immer, ich krieg immer ganz viele Kugeln nicht mehr. Ich kann nicht dreieinander rein, dass ich gar nichts machen kann. Es ist leider direkt vorbilden. Zwei Leute. Noch ein neuer andere. Einer hast du davon gestorben. Was soll ich machen? Ich kann nicht fünf, sechs Leute hier kriegen. Tolles Spiel, tolles Team, wirklich richtig geil. Das ist eine Scheiße. Das ist so ein dummer Schwachsinn, das ist so gestreckt. Wir sind nicht das beste Squad, war ja klar. Ich hab geschrieben, dass ich Hawaii Pizza mag. Ich mag die Spiele nicht.